Bits und so kommt heute mit Schützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht, geht ihr auf de.jimdo.com slash Bits und so. Dort gibt es die Möglichkeit auszuwählen zwischen Jimdo Free, ist kostenlos, bleibt kostenlos, Jimdo Pro, Jimdo Business oder dem Dolphin Creator, da macht ihr 20% Rabatt mit dem Gutschein Code Bits und so. Könnt dort eine Website zusammenklicken. Ihr könnt einfach aussuchen, welche Vorlage es sein soll. Ihr könnt in verschiedene Kategorien einsortiert, Restaurant oder was auch immer, da könnt ihr auch für was anderes benutzen. Ihr müsst nicht die Restaurant-Webseite für ein Restaurant benutzen. Ihr könnt da einfach die Daten reinschreiben. Ihr könnt Blogpost unterwegs schreiben, habe ich gehört. Wenn man es richtig hält, geht das ohne Probleme. Ich habe das erste Mal schon aufgedrückt. Aber ja, also ich habe in der letzten Sendung hier mein Tasker-Widget gepickt und dann habe ich mir gedacht, schreib es einfach mal kurz zusammen, wie das funktioniert. Und das habe ich währenddessen in der S-Bahn auf dem Smartphone gemacht, über die App. Ja, damit könnt ihr halt schnell mal was aktualisieren oder aktuelle Öffnungszeiten oder wenn ihr weiß nicht, heute kriegen Krankheit geschlossen, könnt ihr draufschreiben. Und dann ist das direkt online. Ihr müsst nicht mit dem Laptop rumtun. Ihr könnt es auch Leuten geben, die gar keinen Laptop haben und weißt du, zum Beispiel Hipster-Blogger sind und direkt vom Tablet einen Post schreiben. Das hat nichts mit Hipster zu tun. Ja doch, schon. Hallo, können wir kurz bitte unsere Aufmerksamkeit rechts hinter Alex richten. Da steht das Elektro-Skateboard, irgendwie eine Halterung für den Helm gebaut. Weißt du, damit der nachher Pfeife rauchen und nach Hause fahren kann. Ja, und nebenbei noch so auf dem Tablet kurz was wegbloggen. de.gym.com Herzlichen Dank für die Unterstützung.